Hallo ihr Lieben, da ist Patrick, euer Kandidat für den Landtag Baden-Württemberg und heute mit dem Thema ein U-Boot. Vielen Dank an alle, die über den QR-Code jetzt hier in diesem Kanal gelandet sind und sich das Video anzugucken, um rauszubekommen, was ist denn jetzt die Lösung zu dem U-Boot. Für alle, die nicht über diesen QR-Code reingekommen sind, eine kurze Erklärung. Ich hatte die Aufgabe, drehe einen Film zu drei unterschiedlichen Themen für den Stadtjugendausschuss der Stadt Karlsruhe und bei einem Thema ist mir nicht so wirklich was eingefallen. Ich zeige den Clip nachher nochmal im Anschluss, dann könnt ihr sehen, worum es geht. Das Wichtige dabei, ich habe innerhalb, oder besser gesagt am Ende dieses Filmes ein U-Boot platziert. Was heißt das? Ein U-Boot platzieren heißt, man platziert ein neues Thema, das mit dem Ursprungsthema, um das es ging, überhaupt nichts zu tun hat. Man lenkt den Zuhörer, die Zuhörerin ab und führt sie in eine andere Welt, in diesem Fall auf meinen Kanal. Und wie sowas passiert, seht ihr jetzt in dem Clip. Und bitte denkt dran, wenn ihr den Clip gesehen habt, dann den Kanal abonnieren, kommentieren, sagen, fandet ihr es gut oder schlecht oder ganz besonders, was habt ihr für Ideen für U-Boote. Bitte, was ist die Aufgabe? Ich soll einen Stundenplan erstellen und dann noch für eine ganze Woche? Lieben, ich weiß ja nicht mal, was heute in eurem Stundenplan steht, aber ich würde einen für eure Lehrer erstellen. Da würde ich mir ein Unterrichtsfach wünschen. Euren Lehrern würde ich wünschen, regelmäßig in die Wirtschaft zu gehen und dort ein Praktikum zu machen. Vielleicht sogar mit euch zusammen. Denn dann wüsstet ihr, was muss wirklich gelernt werden, damit ihr im Leben vorankommt. Egal, ob ihr nachher eine Lehre macht, ins Handwerk geht oder womöglich studiert. Damit habe ich die Aufgabe vielleicht jetzt nicht ganz in eurem Sinne erledigt, aber das ist halt der Vorteil, wenn man in die Politik geht. Da reicht es zuweilen, über ein Thema zu sprechen. Aber ihr solltet ja trotzdem was lernen. Wisst ihr, was ein U-Boot ist? Okay, ich zeige es euch. Handy raus, Kamera an und BÄM!